Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute mit dem Video, wie wir aus dieser Docker-File hier auch tatsächlich mal was bauen. Das heißt, wir haben hier diese Docker-File, wir wissen, wir haben unsere Docker-File im Endeffekt so gebaut, dass die Requirements automatisch in unserem Image, in unserem Container runtergeladen werden und erstellt werden. Und wir wollen jetzt natürlich, dass das Ding auch wirklich ein richtiges Image wird. Und das heißt, wir müssen aus dieser Docker-File erstmal ein richtiges fertiges Image bauen. Und das machen wir mit sudo-docker-build. Und zwar können wir dem ganzen Ding einfach noch einen Namen geben, beziehungsweise einen sogenannten Tag geben. Und dieser Tag ist in meinem Fall erstes Flask-Projekt. Ups, Projekt. So, und wichtig ist im Anschluss noch, dass ihr dem Ganzen sagt, in welchem Verzeichnis das auch wirklich liegt. Das heißt, nehmt einfach mal hier zum Beispiel diese Docker-File, die ihr erstellt habt, zieht die in die Kommandozeile rein. Und dann löscht ihr diese Docker-File hier hinten raus, sodass ihr nur noch den Ordner habt. In meinem Fall, ich bin schon im richtigen Ordner drin, weil ich mit meiner Kommandozeile oder mit meinem Terminal schon hier drin bin, quasi in dem richtigen Ordner. Ja, also ich habe dahin navigiert, das heißt, ich müsste eigentlich nur noch einen Punkt machen. Aber wenn ihr nicht wisst, wo ihr gerade seid, dann ist das hier die sichere Variante. Aber in meinem Fall, wie gesagt, ein Punkt tut's auch. So, jetzt brauche ich natürlich wieder mein Admin-Passwort, damit das Ganze hier gebaut wird. So, und jetzt wird das Ganze erstmal gebildet. Ihr seht, das dauert ein klein bisschen. Und gleich sind wir fertig. Also, das wird quasi einmal runtergeladen, weil es ja immer dasselbe ist. Aber mir wird sogar eine Warnung ausgegeben, dass ich eine neue PIP-Version habe. Okay, cool. Und ja, jetzt haben wir es eigentlich schon. Jetzt sind wir, also jetzt haben wir quasi einen Container erstellt. Und zwar einen Zwischen- oder mehrere Zwischen-Container haben wir erstellt. Und die dann immer verbessert und verbessert und verbessert. Und jetzt haben wir ein fertiges Image. Dieses Image kriegen wir natürlich angezeigt. Ich mache hier mal ein Clear rein. indem wir hier einfach sagen, sudo Docker-Images. So, und jetzt sehen wir hier oben, erstes Flask-Projekt. Das ist das, was wir gerade eben gebaut haben. Hat 152 Megabyte. Warum ist denn das Ding so fett? Naja, das liegt einfach daran, dass wir natürlich die ganzen Abhängigkeiten runterladen mussten. Da war Flask dabei. Flask braucht Werkzeug, Flask braucht Socket und so weiter und so fort. Wir sehen das auch hier oben gerade. Wir haben hier, wo haben wir das Flask runtergeladen? It's Dangerous haben wir runtergeladen. Click haben wir runtergeladen. Werkzeug, Ginger, Markup-Safe und so weiter und so fort. Also das sind halt quasi die Abhängigkeiten, die Flask einfach mit sich bringt. Und die brauchen halt einen gewissen Speicher. Aber 152 Megabyte für eine vollwertige oder fast vollwertige virtuelle Maschine ist wirklich, wirklich nicht viel. Das ist sehr, sehr überschaubar und schon ziemlich angenehm. Ja, und das ist im Endeffekt auch das, was wir hier brauchen. So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch starten. Und das können wir einfach wieder machen mit sudo docker run, so wie wir das gewohnt sind. Minus dit. Und jetzt Achtung, wir wollen natürlich hier das Ganze mit einem Port freigeben. Das heißt, ihr wisst, unser Localhost wurde, beziehungsweise der Port 80 wurde in unserem Image freigegeben. Also der Port 80 ist quasi der Port, bei dem unsere Flask-App dann auch erscheint. Und wir wollen das aber vielleicht auf Port 5000 haben. Das kennen wir ja schon, wobei wir es eigentlich auch auf Port 80 machen könnten. Wir machen es auf Port 80, da muss ich nichts umstellen nachher im Browser. Und ja, was brauchen wir hier hinten dran? Na ja, jetzt geben wir nicht Nginx ein, sondern wir geben selbstverständlich erstes Flask-Projekt ein. Und starten das Ganze und wir sehen, es läuft. So, gehen wir mal auf unseren Localhost, der noch von letztem Mal offen ist. Aber wir sehen, wenn ich hier aktualisiere, funktioniert das ganze Ding wunderbar. Ich brich das hier nochmal kurz ab. sudo docker stop. Und zwar diesen Container bitte. Und weg ist der Container. Weg ist der Container, sage ich. Weg ist er. So, und jetzt aktualisiere ich hier nochmal ganz kurz, damit wir auch sehen, okay, es ist halt wirklich nichts da. Es war nicht einfach nur noch im Zwischenspeicher oder so. Also, wenn ich jetzt natürlich meinen Container wieder starte, ihr seht, wie schnell das geht, es ist ziemlich geil, dann kann ich hier aktualisieren und wir sehen, die Flask-App läuft im Hintergrund und es funktioniert alles wunderbar auf meinem Localhost. Cool. Sehr, sehr, sehr einfach und angenehm das Ganze, möchte ich mal so behaupten. Und jetzt ist natürlich diese Sache, ihr müsst hier quasi nicht mehr wirklich was machen. Ihr habt eure Abhängigkeiten, ihr habt alles, was ihr braucht. Wenn ihr jetzt deployed, müsst ihr einfach nur quasi dieses Image neu erstellen. Das heißt, ihr sagt hier, ich möchte gerne bilden. Also, äh, das da. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel an meiner Flask-App irgendwas ändere, nehmen wir einfach mal hier HelloWorld vom Flask-App, ähm, H1. So, ähm, dann bilde ich einfach neu. Das heißt, ich bilde das hier. Ihr seht, das geht relativ fix. Klar, man muss jedes Mal neu diese Abhängigkeiten runterladen, aber... Ja, haben wir. Und jetzt kann ich das ganze Ding einfach laufen lassen. So, ja, okay. Ähm, warum funktioniert das jetzt hier nicht? Weil mein anderer Container natürlich noch läuft und ich habe nur einen Port 80, den ich freigeben kann. Ich könnte auch einfach hier sagen, ich hätte ganz gerne das Ganze auf Port 800. So, dann funktioniert das. Dann muss ich jetzt allerdings hier eingeben, localhost, Doppelpunkt, Port 800. So, und jetzt haben wir hier eine Flask-App, die plötzlich buchschreit. Wunderbar. Also, das heißt, ihr seht, wie einfach das Deployment jetzt ist. Es ist im Endeffekt nur ein Bildvorgang und dann Docker starten. Fertig. Und das ist halt super, super komfortabel im Vergleich zu vorher, wo ich wirklich von Hand dann immer die Requirements vielleicht aktualisieren musste und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist das jetzt alles automatisch hier festgehalten in der Docker-File. Und die Magie ist jetzt auch nicht mehr ganz so groß. Man weiß jetzt ein bisschen, was im Hintergrund passiert. Deswegen, ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen. Wir machen natürlich noch mehr dazu und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.